für die Jugendlichen. Also wir haben nicht gesagt, hier, das sind eure Aufgaben, macht das mal, sondern wir haben gesagt, das, was ihr nicht macht, passiert auch nicht. Ihr baut das, worauf ihr Bock habt. Und wir waren echt überrascht, dass extrem viel so Anti-Überwachungsideen eigentlich aufgekommen sind. Auch ein paar zu Gesundheitsthemen, Bildungsthemen, Freizeitthemen, aber Überwachung war halt etwas, wo wir gar nicht wussten, so sind diese Jugendlichen eigentlich irgendwie politisch und ja, sind sie definitiv. Das SpyMap war ein Projekt, was rausgekommen ist aus dem Wochenende, wo halt auf so einer Karte irgendwie die Überwachungskameras gemappt wurden und ein ganz ähnliches Projekt, das auch mehr sozusagen in der Presse gefeatured wurde, war ein Projekt namens Awareness. Man beachte den Buchstabendreher. Das war ein 3D-gedrucktes Armband, das vibriert, sobald eine Überwachungskamera in der Nähe ist. Und das war schon ziemlich cool. Ein anderes Projekt, das auch umgesetzt wurde, war die intelligente Pillenbox. Da haben sich die Jugendlichen bei der Projektpräsentation sonntags auf die Bühne gestellt und haben gesagt, ja, also wir haben so nachgedacht. Wir sind 15, leben in Deutschland. Wir haben eigentlich keine Probleme. Deswegen haben wir uns Gedanken über die Probleme der anderen gemacht. Und dann haben sie eine intelligente Pillenbox entworfen, die für demente Patienten zu einer bestimmten Zeit die Pille auswirft, wie bei so einem Mini-Süßigkeitenautomaten. Und wenn die Pille nicht rechtzeitig von diesem Tableau genommen wird, geht halt ein Anruf an den Pfleger raus. Auch das alles umgesetzt an einem Wochenende. Ein Thema, was irgendwie immer aufkommt, was letztes Jahr auch total groß war, war Stunden, also Vertretungspläne. Das scheint irgendwie an deutschen Schulen ein großes Problem zu sein, dass die Schüler immer noch, also so wie 1950 auch schon, in die Schule kommen und dann feststellen, oh, mein Lehrer ist krank oder irgendwas wird verschoben. Und irgendwie ist das immer noch nicht digital und schlau gelöst. Und bei Jugendhakt versuchen sich immer wieder Jugendliche daran, dafür eine Lösung zu finden. Ein anderes cooles Projekt, was auch entstanden ist, war ein Angebot zu Fallpauschalen. Also was kostet eigentlich eine bestimmte Krankheit im Krankenhaus? Fand ich auch ziemlich wichtig. Also so ein Gesundheitstransparenzprojekt. Und die Jugendlichen standen dann auch sonntags auf der Bühne und haben so total selbstverständlich über Fallpauschalen geredet, wo man sich denkt, Mann, das wissen nicht mal Erwachsene, dass sie eigentlich Kunden sind und nicht Patienten. Und dann natürlich unser aller Lieblingsprojekt. Zwei elfjährige Zwillinge haben mit einem Makey Makey und Arduino umgesetzt, dass wenn es draußen regnet, es auch in Minecraft regnet. Sie hatten für die Projektpräsentation am Sonntag so einen Ultimate Switch gebaut, wo es gleichzeitig regnet, schneit und dunkel wird. Aber sie haben das dann in der Aufregung vergessen, leider anzumachen. Deswegen haben wir nur gesehen, wie es regnet. Das war so ein bisschen so, also es gab insgesamt 27 Projekte an dem Wochenende, die halt innerhalb von zwei Tagen entstanden sind. Das war jetzt nur mal so ein Überblick über die Spannbreite eigentlich der Ideen, die diese Jugendlichen hatten und auch der Fähigkeiten, die sie mitgebracht haben, um das umzusetzen. Ja, Lieblingssituationen, Best auf Jugendhakt. Frank Rieger hat freitagsabends einen Vortrag erhalten über Hackerethik. Irgendein Jugendlicher, den ich vor Jugendhakt mal gesprochen habe, meinte, CCC ist da dieser mit dem roten Iro, der Sprecher. Ich war so nicht ganz, aber da sieht man halt so, sie sind so irgendwie, ich sag mal, von der Identität her gehören sie halt überhaupt nicht zur Hacker-Kultur, also sind dafür viel zu jung, kennen auch die ganzen großen Namen und Leute nicht und ganz viele kennen den CCC nicht, aber so von der, sag ich mal, von der Einstellung sind sie eigentlich, gehören sie total dazu, aber ja, sind halt einfach mal 20, 30, 40 Jahre jünger. Und eine Lieblingssituation war definitiv, als es nach dem Vortrag dann Fragen gab und dann so ein 13-Jähriger zu Frank Rieger meinte, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber Sie haben im Jahr 2008 so ein Chaos-Radio zu Thema X gemacht und wir waren alle so, haha, ob Frank sich erinnert? Ja, die Frage ist, wie alt du da warst, ja, 2008. Das war schön. Was auch noch schön war, war, wir haben vor der Veranstaltung halt so eine Grundsatzansage gemacht, also kein Sexismus, wir haben auch keinen Bock auf irgendwelche rassistischen Kommentare, es kommen Leute aus allen Teilen Deutschlands, die sprechen unterschiedlich, wir haben irgendwie überhaupt keine Lust so auf so Regionaldiskriminierung und dann entstand, also kam irgendwann an dem Wochenende so ein Tweet raus, ich habe den leider nicht wiedergefunden, wo der eine irgendwie gerade so eine Geo-Anwendung versucht hat zu bauen und irgendwie hat es nicht geklappt und er meinte halt zu seinem Rechner so, lokalisier mich endlich, du Bitch. Und er meinte sein Teamkollege so, ey, wir sollen nicht so eine Sprache benutzen, du Arschloch. Und das war auch sehr schön. Und ich glaube, das drückt es eigentlich ganz gut aus, also so dieses, boah, die bewegen ihre Maus so schnell, also irgendwie sind die ganz schön schnell und saugen einem ganz schön viel Wissen aus dem Gehirn. Und das haben auch die Mentoren, die halt da ehrenamtliche Wochenende für geopfert haben, waren halt auch echt gut fertig am Sonntag. Also ich glaube, die Jugendlichen kommen mit sehr unterschiedlichem Vorwissen. Manche sind halt so, wie die Minecraft-Jungs, die können so ein bisschen HTML, haben schon mal was von Python gehört, aber haben eigentlich noch nie wirklich ein Terminal aufgemacht. Und dann gibt es halt welche, die sind Full-on Coder und können Lisp und ich weiß auch nicht. Und grundsätzlich sehr, sehr hohes Tempo, sehr viel, sehr viel Kapazität im Hirn und die Mentoren sind halt sonntags echt immer gut fertig. Also falls hier Arbeitgeber sitzen, lasst doch bitte den Mentoren nächstens den Montag frei. Das wäre total gut. Genau. Was noch? Ja, in Zukunft, also wie gesagt, wir hatten bisher nur zwei Veranstaltungen. Wir würden das total gerne verstetigen. Also erstens, weil wir merken, es gibt einen riesigen Bedarf auf der Seite der Jugendlichen. Wir glauben, es gibt in Deutschland auch international noch viel, viel mehr Jugendliche, die eine Programmier, also die sich so ungefragt sozusagen dieses Wissen im Kinderzimmer aneignen und aber eigentlich keine richtige Anlaufstelle haben, wo sie gefördert werden. Also über Informatikunterricht kann man wahrscheinlich auch abendfüllend sprechen. De facto ist das aber etwas, was diese Jugendlichen unterfordert, wenn es denn überhaupt in der Schule angeboten wird. Und wir würden das gerne verstetigen und auch ja, sag ich mal, übers Jahr auch einen Austausch zwischen den Mentoren und den Jugendlichen ermöglichen. Genau, das ist die Webseite. Da sind auch alle Projektideen verlinkt. Da könnt ihr die Fotos nachgucken. Ich bin Marlena Madrina, schreibt mich an oder sprecht mich an, wenn ihr Fragen habt. Und wer spenden möchte, darf das gerne tun. Jugend Tag, das ist eine gemeinnützige Initiative und wer viel spendet, kriegt auch eines dieser wunderschönen T-Shirts von uns. Ich habe mir noch keinen Preis überlegt, weil ich wusste nicht, wie man das so macht, weil wir haben halt nicht so eine Crowdfunding-Sache. Sonst hätte ich gesagt, ja, für 50 Euro kriegt ihr noch ein T-Shirt dazu, aber keine Ahnung, spendet halt reichlich und dann schicke ich euch ein T-Shirt. Genau, wer Fragen hat, gerne jetzt. So hat man das sonst immer gemacht auf dem DigiGas-Abend. Wir können aber auch einfach jetzt so cut machen und ihr sprecht mich einfach später an. Danke. So, now we have an extended edition of Netzpolitischer Abend here, because we have guests from London, who are...